So, da sind wir wieder bei Rogue Legacy und wollen unseren nächsten Erben aussuchen. Ja, dann gucken wir doch mal, wen haben wir denn? Wir haben Lady Antoinette und einen Paladin, die hat keine besonderen Trades. Wir haben einen zu groß geratenen Mage, der auch noch farbenblind ist. Den will ich nicht unbedingt. Und noch einen Mage, der Tourette hat und auch farbenblind ist. Na, dann würde ich sagen, wir sehen für den Paladin aus. So, du siehst es, da wir fast 1500 Gold haben, stelle ich jetzt erstmal den Architekten frei. Jupp. Aber mit dem können wir zum einen etwas mehr Stärke kaufen, so zwei Punkte. Und können auch den Fabar verbessern. Und dann den Shinobi freizuschalten, den ich mir als nächstes holen werde. Aber erst einmal gucken wir, was der Schmied im Angebot hat. Ja, den Helm hätten wir gerne. Der macht nämlich mehr Lebenspunkte und ein bisschen mehr Mana. So, und dann gehen wir wieder zurück zu unseren Mana. Wir können uns jetzt schon die Enchantress holen, aber die mache ich erst beim nächsten mal frei. So, machen wir noch etwas mehr Leben und etwas mehr Traglast. So, jetzt haben wir hier den Architekten freigeschalten. Der hat die besondere Fähigkeit, dass er das Schloss locken kann. Also das heißt, dass wir das Schloss vom letzten Mal wieder bekommen. Hat halt den Nachteil, wir kriegen in diesem Durchlauf weniger Gold. Das ist also nur für den Fall, dass wir uns gleich einen Endboss wagen wollen, nützlich. Deswegen geben wir jetzt Shevan 25 Goldmünzen. Ah, falsche Taste. So. Und gehen wieder ins Schloss hinein. Wir hauen uns hier ein bisschen durch das Mobiliar. Und dann gucken wir mal. Ich gehe erst mal unten lang. Okay. Okay. Ich gehe weiter. Aua. Lässt du mich in Ruhe? Au. Äh, Mist. Das war zu viel auf einmal. So. Aua, und ich bin gleich schon wieder tot. Da fängt er beim ersten Mal aber gut an. Sofort gestorben. Äh, nein. Das war nicht so toll. Okay. Hier haben wir schon wieder einen Paladin. Und zwei Naves. Nehmen wir mal den hier bei Seven. Kenn ich noch nicht, gar nicht. Und ja, mit 50 Gold können wir leider nichts anfangen. Nein. Das war jetzt gerade kein besonders guter One. Mit dem Sheriff das gilt. Und dann gucken wir mal, was sind die denn besonders talentiert. Äh. Äh. Nein. Was ist es nicht? Ah, Hilfe. So nicht du. Diesmal nicht. Aua. Twaa. Huuuuuaha. Ha Has. Ha. Ha Ha. So. Die sind blöden Eismagier. Und die Skennette. Diese führen vor. Ha. Hier muss ich lieber springen über die Staffeln. Die müssen Diemiwischen nicht mehr jedes Mal. Gucken wir mal hier hoch. Nein, zu dem will ich nicht unbedingt. Gucken wir mal lieber hier hoch. Hier gibt es nichts. Gucken wir mal hier hin. No Fighting ist nicht so toll. Ich brauche Hühnchen. Ganz dringend Hühnchen. Ihr sterbt mal. Ist das ein böses Bild? Nein, bist du nicht. Aber ihr seid böse Zombies. Ah, Hühnchen. Und ja, das Hühnchen gibt immer 10% der Lebenspunkte wieder zurück. Einfach mal versuchen nicht zu sterben und Gold zu kriegen. So. Du kannst ruhig sterben, das Gerät. Nicht von diesen rotkohlähnlichen, da zeige ich auch schon rotkohl dazu. Äh, von diesen Stachelkugeln töten lassen. Und ja, da lebe ich es echt keine so tolle Klasse. Und ich verstehe immer noch nicht, was die Seine Trade machen soll. Nein, da hoch bin ich nicht. Versuchen wir es jetzt nochmal mit dem No Fighting. Oh. 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 Aua. Aber wir haben eine Rune freigeschalten und etwas Geld gemacht. Sehr gut. Nächster Erbe. Äh, Paladin mit, äh, Kurzsichtigkeit. Doch ein Paladin, der ein Zwerg ist. Und das letzte ist ein Mage. Nehmen wir lieber den Paladin, der ein Zwerg ist. Das kommt immer praktisch. Und jetzt könnten wir die Enchantress mal freischalten. Weil, die kann auch nette Sachen. Das zeige ich euch gleich. Wenn wir das nächste Mal mehr Gold haben, zeige ich sie euch mal. Aber jetzt gehen wir erst einmal wieder. Sharon 70 Gold geben. Und den nächsten Durchlauf. So. Und mit dem Paladin geht das Ganze, Aua. Ich wollte gerade sagen, etwas einfacher von der Hand. Aber dann kommt dieser Brüder Ritter und überzeugt uns vom Gegenteil. So. Dafür können wir aber mit dem Paladin wenigstens die Dumbas One-Hitten. Palsch nicht getroffen. Und du kriegst mich auch nicht. Das ist der Vorteil für mein Zwerg ist. Nur da ist man hier. So. Grunde euch da kaputt hauen. Wir haben ja nichts besseres zu tun, als den Schlossherrn des Mobiliats. Was ist jetzt da davon? So. Äh. Runter will ich. Und zwar auch ein Dumbas. Boah. Ja. Und gerade für sowas. Aua. Wieder aufnehmen noch. Oh, Gold. Ey. Sowas ist. Die Runtersprung. Überattacke. Da sind wir. Kleidung werden trotzdem dauernd getroffen. Ich brauche dringend die Doppelsprung Rune. So. Auge weg. Die gemeinen Vieche können nämlich durch Wände schießen. Und hier halten die Flamelogs schon wieder etwas mehr aus. Weil sie halt ein höheres Level haben. Du bist kein großes Punkt. Du warst ein Eiswage. Zombie. So. Du zauberst nicht. Äh. Jetzt gehen wir mal nach oben hier. Das ist ein komischer Raum. Hier steht ein einzelner Ritter und... Oh. Bossraum. Ja. Da könnten wir theoretisch reingehen. Aber mit Level 12 ist das noch nicht so wirklich. Äh. Gute Idee. Gucken wir uns lieber weiter beschlossen und machen mehr Geld. So. Ein bisschen. Ach das. Das bedeutet also das Talent. Jedes Mal wenn wir einen Zauber benutzen kriegen. Wechselt der automatisch durch. Oder. Äh. Wechselt nach Belieben. Und hier sind die Ostmager schon Level 11. Wow. Das war gemein. Also ja. Der Mann war jetzt wieder etwas besser. Aber. So. Doch nicht so das wahre. Okay. Was haben wir hier? Magier mag ich nicht so besonders. Der Nave hat keine Nachteile. Oder Fähigkeiten. Und der hier kann nicht richtig zaubern. Oh ja. Das kann ich euch mal zeigen. Und er hat PAD. Das heißt er löst keine Stachelfallen aus. So. Jetzt tue ich erstmal... Nein. Bevor ich irgendwas hier mache. Gehe ich erst einmal zur Hellseherin. So. Zur Verzauberin. Die sagt uns jetzt. Ja. Wir können Runen finden. Und mit diesen Runen unsere Ausrüstungsgegenstände verzaubern. Und die erste Runen die ich gerne hätte wäre die Vault Runen für den Helm. So. Jetzt können wir nämlich einen Doppelstrung machen. Und ja. Das mit dem er kann nicht richtig zaubern bedeutet. Die Zauber kommen aus unserem Hinterteil raus. Also wir schießen rückwärts. Mit dem Gate was ich jetzt noch über habe, möchte ich den Shinobi freischalten. Eine meiner Lieblingsklassen. Der kann zwar keine Quits machen, aber er kann ziemlich stark zuschlagen. So. Können wir noch in irgendwas Gold reinpumpen? Ja. Machen wir mal Mana Upgrade. Schaden kann es ja nicht. Dann kriegt Sharon halt nicht so viel Geld. So. Nächster Durchlauf durch. Chicken brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Ich glaube ich soll es trotzdem mal ein. So. Die können wir noch One hiten. Und ja. Wir haben keinen Fußpuls. Das heißt wir lösen die. So fallen nicht aus. So. Was praktisch ist. Aua. Aber dann trotzdem können wir immer noch von Skelettknochen getroffen werden. Woher die Skeletter die stelle ich die Knochen herkriegen? Wow. Das war knapp. Und ja. Jetzt behaschen wir den Doppelstrung. Das heißt wir. Haben jetzt einen kleinen Vorteil mehr. Sieht man auch da unten links. Eingeblendet. Welche Ruhe wir. Bereits. Ausgewählt haben. Hier ist eine Truhe. Und da ist. Die Squire Chessplate. Das ist die knappen. Rüstung. Die könnte nützlich sein. Weil wir haben noch keine beste. Rüstung. Und gerade hier in so einem Raum. ist der Doppelstrung doch ganz nützlich. Okay. Der Raum hier ist etwas. Äh. Seltsam. Aua. Na ja. Gut. Das Feld ist tot. Und das ist noch das Skelett. Und das Feld ist tot. Das Feld ist tot. Und das Feld ist ja auch noch. Die haben noch nichts. Und wirklich was auf dem Kasten. Hier könnten vielleicht stärkere Gegner kommen. Oh ja. Mit denen wird es lustig. Oh, dass mich das nicht getroffen hat. Aua. Autsch. Okay. Mist. Da wollte ich gerade abhauen. Macht nichts. Nächsten. Vielleicht kriegen wir ja jetzt schon einen Shinobi. Nein. Einen Knave. Einen Knave. Einen Knave. Einen Knave. Oh ja, die hat OCD, also immer wenn sie was kaputthaut, kriegt sie Mana. Die können wir ja mal benutzen und für das Gold, was wir haben, mehr Lebenspunkte. Oder wir hätten uns die Brustplatte kaufen können. Was bringt die eigentlich? Neun mehr Armor hätte die gebracht. Na ja, gut. Jetzt haben wir halt ein paar mehr Lebenspunkte. Und mit dem Barbar dürften wir auch einen ziemlich guten Run hinlegen. Weil der ja halt mehr aushält, als die anderen Klassen. Und ja. Für jedes Zeug, was wir zerschlagen, kriegen wir jetzt Mana. Und den da dürften wir auf die Weise, das ist mir lieber. Nein, ich will runter. An die Truhe kommen wir gleich nur rein, wenn wir ein Zwerg sind. Da könnten wir nämlich hier durchspringen. Take Note Damage. Oh, Mist. Das war blöd. Das hier ist ein gemeiner Run. So. Oh, das war knapp. Geh ich jetzt mal regenerieren. Nein. Die Münzen da will ich nicht drüben lassen. Du kannst mit deinem Blutstreifen weggebleiben. Und wer du warst, hält mehr aus, als er anscheinend hat. Das Bild ist in Ordnung, aber das Auge ist böse. Deswegen kommt das Auge weg. Ja, wenn Augenblut weinen, das sollten die sich lieber nicht verdanken machen. Da habe ich mich jetzt gerade verdrückt und habe die Spezialfähigkeit von Barbaren eingesetzt. Was eigentlich ziemlich praktisch ist. Wir können schreien und damit Gegner wegschleudern. Und vor allem ihre Spezialattacke wegschleudern. Das hätte ich vielleicht in dem Raum mit dem Take Note Damage Smart benutzen sollen. Seht ihr, genau hier war das jetzt praktisch. So. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Wir verlieren jetzt die Nette und die Frostmager. Das Praktische ist, weil wir immer wieder durch das Zerschlagen von Sachen Mana kriegen, können wir das auch öfter benutzen. Aua, das ging daneben. Aber das nicht. Ja, gehen wir lieber erstmal hier oben. Ach, der Karneval mal wieder. Was kannst du mir diesmal im Angebot? Äh, nein. Das wollte ich nicht. Okay, wieder Ixte werfen. Waja, wir kriegen sogar nur... Die Dinger hier im Mana, wenn sie sie zerhauen. Oh, und wir sind besser geworden als das letzte Mal. Aber auch nicht richtig gut. Aber 93 Gold. Und den Clown können wir leider nicht erschlagen. Ich mag keine Clowns. Also nicht wirklich. Die sehen weder lustig aus, noch sind sie wirklich lustig. Ist das ein böses Bild? Nein, das ist ein braves Bild. Oh, wir sind gerade im Kreis gelaufen. Äh, gucken wir mal. Ja, wieder zurück in den Raum. Huch, das war krass. Und dann hier mal weiter. So, Flameloft zu Feuer. Sollte mal nicht spielen. So. Die sind... Eigentlich haben Lust, diese Feuerfallschleudernden Dinger, weil sie sich nicht bewegen können. Oh, und das ist ein Raum, mit dem wir den Zauber wechseln können. Aber das brauchen wir nicht. Da hätten wir jetzt unser Schwert gegen die Sensor entauschen können. Wieder der Bossraum, aber... ...würde ich jetzt nicht so wirklich den Boss mit Level 15. Da sollte man mindestens Level 20 oder so haben. Deswegen... ...erst mal Gold. Okay, Defeat all Enemies. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Können wir hierfür vielleicht die Sense benutzen? Dann wechsle ich doch mal auf die Sense. So. Nein, das war falsch. Und jetzt habe ich nicht viel genug Mana. Ja, euch kann ich auch. Kriegt mir leider nur nicht viel, aber das Gold hier nicht mehr was. Oh, schon 1600 Gold. Das ist wirklich jetzt mal wirklich ein guter Run. Mana und jetzt kommen wir die Sense mal verwenden. Mal sehen, ob wir da mitgehen. Das Skelett da unten kriegen. Und ich habe schon wieder den Schrei benutzt. Ah, ich verwechsel manchmal noch die Knöpfe. Das ist ärgerlich. Damit haben wir keine großartig andere Wahl. Gehen wir hier unten hin und lang. Ah, hier ist schon wieder... ...Kippen und... ...Mana. Und jetzt sind wir im Wald gelandet. In dem Wald bin ich noch nicht so wirklich. Obwohl die Gegner hier gehen, eigentlich. Abgesehen von den Tollguards hier. Aua. So, Tollguard tot. Und jetzt den Schleim töten. Und tot. Ja, auch gut. Aber es war wenigstens ein guter Run. Mhm. Wir haben ziemlich viel getötet. So. Ich würde mal sagen, da wir jetzt schon wieder... ...einiges hinter uns gebracht haben an Runs... ...mache ich erstmal wieder hier einen Cut. Bis gleich. Oh, was ich noch nicht gesagt habe, wie ich es mir jetzt überlegt habe... ...mit den Rogue Legacy Videos... ...ich mache einfach mal so nach Lust und Laune Runs... ...nehm die auf und lad sie hoch. Das kann also mal sein. Kann es öfter passieren, dass mal Folgen kommen. Jedenfalls so lange bis Twine 2. So lange Twine 2 läuft. Vielleicht kommt noch mal Stadt Twine... ...ein paar Folgen mehr Rogue Legacy. Das werde ich schon sehen, wie ich Lust und Laune habe. Also dann... ...bis zum nächsten Mal.